wieso ist er so ja das ist jetzt so nimm das so hin ok ok so jetzt haben wir auch strom da wo wir fahren wollen das müssen wir die mega linie noch mal verbinden das coole ist wir fangen gleich mal beim merker an die zweite haltestelle ist ein stadion da geht schon einiges dritte haltestelle geht immer das lassen wir jetzt mal aus okay aber natürlich hoffen dass wir dadurch den straßenverkehr noch ganz so lange eine busspur aber es ist wie wie im richtigen hamburg auch da staut sich das immer hier genau auf der strecke warte mal wenn man jetzt hier guckt haben sie leider doch hier ist jetzt das messegelände und hier auf der ecke waren hotel in dem ich untergebracht wurde dann hatte ich hier immer die bahnstrecke die wo ich ein paar fotos und videos von aufgenommen habe die ich aber gerade noch verarbeiten musste habe ich noch nicht da ich habe gemacht ich mache der train in train fieber tut tut ja bei manchen macht da auch nur da fehlt auch nicht so war es ok wie heißt es das schloss in hamburg noch weißt du dass man schon ansteigen keine ahnung dann kann ich fragen schloss heiße ich muss ich klein noch mal raus nehmen das ist natürlich so ein bisschen doppelt gemobelt so wie viel fahrzeuge brauche ich neun das ist doch schon gut die ersten an den heidestellen sind schon unzufrieden wunderbar so muss es sein jetzt habe ich damit eine regeln linie und lest gerade letzte abfahrt verpasst du ich habe das denn im kreis 66 wo ist denn die 66 66 bitte einmal nach vorne treten müsst ihr da ist sie da sind die fahrgäste unzufrieden wird rausgenommen ausgestiegen ich habe die rausgenommen dafür da ist das ist es die schon ja das ist ein oberst sein ne das ist ein bus ne das ist ein oberst ne das ist ein bus ne das ist doch mal spaß gerade losgefahren 15 fahrgäste läuft da stehen die nächsten acht da fahren wir jetzt mal mit da sind da sind da den der 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 Vielen Dank.